Hi, hier ist Matthias von DiePraxisFamily. Heute geht es um den Leaky Gut. Leaky Gut, was heißt es? Der Name sagt schon Leaky, durchlässig. Gut ist für den Darm, ein durchlässiger Darm. Was heißt das jetzt für uns und warum kriegen wir da Probleme mitkriegen? Naja, Symptome, die durch den Leaky Gut entstehen können, sind so vielfältig. Es gibt so unglaublich viele Symptome, die damit zusammenhängen können. Angefangen vom Kopf, die ganzen Kopfsachen, Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel, Mattigkeit, Nebel im Kopf, Müdigkeit, Erschöpfung, hin zu den ganzen Neurotransmitter-Themen, also Depression, Stimmungsschwankungen, Wut, Aggression, Müdigkeit, Erschöpfung wieder, kann alles damit zusammenhängen. Dann die ganzen Autoimmun-Themen, alles was mit der Haut zu tun hat, Hautausschläge, Psoriasis, Neurodermitis, Hashimoto, Rheuma, Gelenkschmerzen, Fibromyalgie, also all diese ganzen Themen können mit Leaky Gut zusammenhängen. Die ganzen Verdauungsprobleme, Herzprobleme, Herzkreislaufprobleme, Blutdruckprobleme. Es ist nahezu nichts auf der Liste von unseren modernen Zivilisationskrankheiten, die nicht irgendwie unter Umständen auch damit zusammenhängen können. Deswegen ist es das wert, darüber ein bisschen Bescheid zu wissen. Unser Darm hat ja die Aufgabe, Nährstoffe aufzunehmen, ganz grob. Und er soll die Stoffe, die nicht gut sind für den Körper, draußen lassen. Das macht er über ganz bestimmte kleine Schleusen, die nennen sich Tight Junctions. Und diese kleinen Schleusen, das sind so Gewebeverbindungen zwischen den Zellen, die haben diese Aufgabe, das zu machen, machen das auch sehr gut. Aber unter bestimmten Umständen machen sie das nicht mehr richtig und dann leiern die aus und dann lassen die Stoffe durch, die überhaupt nichts im Lymph- oder Blutsystem verloren haben und die dann dort zur Folge haben, dass Immunreaktionen entstehen, Entzündungen entstehen oder andere Ablagerungen, Probleme und so weiter. Was dann alles zu diesen Symptomen führen kann. Wie kommt es denn jetzt dazu und wie kann man das reparieren? Naja, es ist so, wir haben in unserem Darm eine Schicht aus Schleim auf der Darmschleimhaut. Deswegen heißt sie Schleimhaut. Und diese Schleimschicht beinhaltet Bakterien. Das ist eine dünne Schicht, kleine dünne Schicht, aber umfassend über die komplette Fläche des Darms, die riesig ist, wenn man die ganzen Darmzotten dazu nimmt. Und diese Schleimbakterienmischung kommt als erstes in Kontakt mit unserem Essen. Hat dann die Aufgabe, vor allem die Bakterien, unser Mikrobiom, unsere Freunde, haben die Aufgabe, das Essen zu verdauen, aufzunehmen und über ihre Ausscheidungen dann uns alles zur Verfügung zu stellen, was wir brauchen. Grob gesagt. Genau hier fangen jetzt die Schwierigkeiten an. Wenn die Bakterien unter bestimmten Umständen in Belastung geraten, nämlich durch Medikamente wie Antibiotika oder Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol und ähnliche Dinge, die vielleicht chronisch eingenommen werden aufgrund von Körperproblemen. Oder Magensäurehämmern, die dann das pH-Level im Darm verändern. Das ist das eine. Das zweite können sein Giftstoffe, die von außen rankommen, wie Quecksilber, Aluminium, Chemikalien wie Glyphosat oder anderes. Also all die ganzen schädlichen Stoffe, die die Darmbakterien schädigen können, machen hier Riesenprobleme, können dafür sorgen, dass sie sterben, dass sie sich verändern und nicht mehr so effektiv sind. Ganz besonders schwierig wird es dann, wenn die schleimbildenden Bakterien nicht mehr richtig arbeiten. Wenn diese Bakterien ihre Arbeit nicht mehr machen können, dann wird diese Schleimschicht immer dünner und dünner, bis sie anfängt an einigen Stellen zu reißen. Und dann kommt direkt unsere Nahrung in Kontakt mit der Darmwand. Das ist nicht so gedacht. Das führt zur Entzündung und diese Entzündung kann dann dazu führen, dass eben diese Verbindungen, diese Tight Junctions ausleiern. Der zweite oder der dritte Grund, was passieren kann, ist tatsächlich, dass wir den Elektrosmog mit drin haben. Elektrosmog, also niederfrequente, aber vor allen Dingen hochfrequente Strahlung aus Handyfunk, WLAN und Co. machen unsere Darmbakterien verrückt. Gibt es viele, viele Labornachweise, die zeigen, dass die Darmbakterien einfach in einen Riesenstress geraten und dann eben auch nicht mehr richtig für uns arbeiten. Ein anderer großer Grund, der hier eine Rolle spielen kann, sind Sachen wie überhaupt Stress im Leben und Schlafmangel, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Auch das kann eine Rolle spielen, dass das Mikrobiom nicht richtig arbeitet. Eine weitere Rolle kann sein, dass wir einfach ständig zu viel essen. Also, dass wir ein ständiges Angebot an Essen dem Darm anbieten und ihm nie Ruhephasen lassen, die er braucht. So ein Darm braucht immer wieder mal Ruhephasen, um sich selber zu regenerieren. Denn in der Zeit, wenn Essen kommt, dann ist Auftrag da und dann müssen die Arbeiter arbeiten, aber sie haben nie Zeit, sich zu regenerieren. Es braucht also Phasen ohne Essen, wo die Darmbakterien ganz grob gesagt sich mal ausruhen können, sich aussortieren können, wo die Kaputten sterben können, wo Frische nachkommen können, wo einfach eine gewisse Regeneration herrschen darf. Das macht man in Fastenphasen. Das ist etwas, was wir heutzutage fast gar nicht mehr haben, was wir früher in Urzeiten noch viel, viel mehr hatten. Und das kann ein Riesenproblem über die Jahre ausmachen in unserem Darm-Mikrobiom. Und ein weitaus größeres Problem ist das, was wir regelmäßig essen. Es gibt Lebensmittel, die sind für unsere Darmbakterien super. Das sind in der Regel die Lebensmittel, die wir regional, saisonal in unserer Region haben. Ihr dürft nicht vergessen, dass das Mikrobiom, also diese Darmbakterien in eurem Darm, die habt ihr von eurer Mutter. Und eure Mutter hat sie von ihrer Mutter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, es ist irgendwie gebunden an die Region, wo ihr regelmäßig auch das Essen her hattet. Jetzt gibt es Lebensmittel, die sind nicht unbedingt optimal geeignet für unseren Darm. Die haben einfach bestimmte Strukturen, bestimmte Schutzstoffe, man nennt die auch Lektine. Das sind Stoffe, die die Pflanze von alleine entwickelt, um sich gegen Insekten zu schützen. Diese Lektine haben die Fähigkeit, Insekten zu töten, zu lähmen, ihre Verdauung zu stören. Und das machen die dummerweise nicht nur mit Insekten, sondern auch mit unseren Darmbakterien. Jetzt sind unsere Darmbakterien und dieser schützende Schleim auf bestimmte Formen von Lektinen absolut eingestellt und haben keine Probleme damit. Gerade die heimischen Pflanzen, die ihre eigenen Lektine haben, da sind wir daran gewöhnt. Das macht den Darmbakterien gar nichts. Und für die exotischeren Pflanzen, ich sage gleich, welche gemeint sind, da ist es so, dass die Darmbakterien sich schützen mit bestimmten Zuckerstoffen im Schleim. Im Schleim, das fängt im Speichel schon an, geht dann über Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm. In diesem Schleim sind bestimmte Zuckerstoffe, die an diese Lektine binden und sie unschädlich machen. Aber da haben wir halt nur eine bestimmte Zahl von. Das heißt, ab einer gewissen zu viel Menge an Lektinen hilft das nicht mehr. Und dann werden die Darmbakterien unter Umständen geschädigt und es kann wieder zu Entzündungen im Darmbereich kommen. Eine sogenannte stille Entzündung. Die tut uns nicht unbedingt weh, aber sie ist vorhanden. Das gilt übrigens für das Leaky Guard auch. Wir merken das nicht. Man kann das nicht spüren, aber es ist oft vorhanden, viel, viel öfter als wir denken. Diese lektinhaltigen Lebensmittel sind vor allen Dingen die Lebensmittel, die in den letzten 100, 200 Jahren, vielleicht 300 Jahren in unsere Region eingeführt wurden. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich unsere Därme über Jahrtausende, vielleicht Jahrhunderttausende gewöhnt haben, eine bestimmte Art von Nahrungsmittel. Und plötzlich kommen Nahrungsmittel daher, die für uns vielleicht ungeeignet sind, weil wir sie nicht gewöhnt sind. Allen voran Gräser. Alles, was zu tun hat mit Gräsern, ist für unseren Darm einfach ungeeignet. Das heißt, die Schutzstoffe aus Gräsern sind für uns ein Problem. Die Lektine aus Gräsern sind für uns eine Schwierigkeit. Und Gräser bedeutet Getreide. Also Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Reis, unter Umständen auch. Beim Reis ist es so, es gibt Ausnahmen, das ist der Basmati-Reis, geschält, nicht Vollkorn, weil in der Hülle von dem Korn, in dem sogenannten Vollkorn, sind eben diese Lektine enthalten. Und wenn wir die weg sind, dann haben wir es leichter, das zu verdauen. Das heißt, bei Reis, das ist so ein Ausnahmegetreide, da kann man drüber reden, wenn es die richtigen Reissorten sind. Warum diese Reissorten? Weil sie eben weniger giftbelastet sind, weil sie zu einer Zeit wachsen, wo der natürliche Regen fällt und wo weniger künstlich bewässert wird und dadurch sind weniger Schadstoffe in dem Reiskorn enthalten. Und wenn die Hülle dann weg ist, ist es völlig okay, das zu verzehren. Aber unsere heimischen Getreidearten, die wir in Massen verzehren, oft morgens zwischendrin, mittags zwischendrin, abends, haben wir Getreide, haben wir irgendwas mit Weizen oder mit Dinkel. Das ist für den Körper zu viel und sorgt dafür, dass wenn es zu viel geworden ist, der Körper darauf reagiert mit Entzündung im Darm, mit Licky Gut und all den ganzen Problemen. Das zweite große Problem sind die Nachtschattengewächse. Dazu gehören Tomaten, Paprika, Auberginen, Kartoffeln, Chili, manche Pfefferarten. Die gehören damit zu und das große Problem ist hier dabei, dass wir sie zwar gerne essen, aber nur bis zum gewissen Rahmen gut vertragen können. Hier gilt, wenn man es entschärfen will, dann schälen, entkernen und kochen. Dann sind die in der Regel neutralisiert. Bei Kartoffeln gilt am besten, kochen im Schnellkochtopf, weil wenn man die über 100 Grad erhitzt, der Schnellkochtopf geht bis 117 Grad, dann kann man erreichen, dass die Lektine zerstört werden, aber auch vorher schälen. Diese Idee, dass man sagt, ja die Schale muss dranbleiben, weil da sind die Nährstoffe dran. Quatsch, die Schale ist ein Problem, weil da sind genau die Schutzstoffe drin, die ja vor den Fressschädlingen schützen. Das heißt, die Schale tut uns nicht gut und gegebenenfalls Mineralien in den Schalen kriegen wir überhaupt nicht raus aus der Schale, weil unsere Verdauung das gar nicht schafft. Das heißt, lasst einfach die Kartoffel, schält sie, kocht sie im Schnellkochtopf, dann ist sie verzehrbar. Sie sollte vielleicht auch nicht mehr den größten Teil eurer Ernährung ausmachen. Dann ist es so, dass die Hülsenfrüchte ein zweites großes Problem darstellen mit Lektinbelastung, also Bohnen, Kichererbsen, rote Bohnen, Linsen. Hier muss man auch wieder Acht geben, es sind wertvolle Lebensmittel, es ist sinnvoll sie zu essen, aber sie sollten eingeweicht werden, damit die Phytate, die da enthalten sind, sich neutralisieren können durch einen Ankeimungsvorgang. Das heißt, 12 bis 24 Stunden am besten in Wasser legen, bevor man die Dinger kocht. Am besten auch wieder im Schnellkochtopf und dann ist es ein tolles Lebensmittel. Aber es sollte eben entsprechend neutralisiert werden. Was überhaupt nicht geht, in der Regel aus diesen Lektingründen, ist Soja, Erdnuss, Cashew sollte man weglassen. Das sind die Dinge, die ein größeres Problem darstellen. Haferflocken sind so ein Zwitter, bei manchen geht es, bei manchen nicht. Am besten nimmt man Bio-Haferflocken angekeimt. Da hat man die neutralste Möglichkeit. Das zweite große Problem für das Leaky Gut sind die tierischen Lebensmittel, allem voran hier die Milchprodukte, aber auch Fleisch, Fisch, Eier. Diese ganzen Lebensmittel sorgen dafür, dass die falschen Darmbakterien genährt werden. Das heißt, ihr könnt das hin und wieder essen, wenn es sein muss. Aber es sollte nicht eine alltägliche, regelmäßige Reihenfolge haben in eurem Leben. Wenn ihr einmal im Monat ein Ei esst, passiert gar nichts. Habt ihr aber regelmäßig Eier und Fleisch und Käse und all die ganzen Dinge im Essen, dann sorgt ihr dafür, dass ihr die falschen Darmbakterien stark macht und es sind die, die euch überhaupt nichts Gutes tun. Das sind die, die überhaupt nichts Sinnvolles für euch zu bieten haben. Und da ist es eben auch wieder wichtig zu sagen, okay, lieber für die Gesundheit und lieber diese Sachen weglassen und zumindest stark reduzieren. Okay, eine Sache, die ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, dass ihr gute Nahrungsmittel esst, die für eure Darmbakterien wertvoll sind. Das sind sogenannte präbiotische Lebensmittel. Dazu gibt es natürlich eine Unzahl an Sachen, die es da gibt. Ich will eine kleine Liste vorlesen einfach, dass ihr einmal alles gehört habt, was wirklich sehr relevant ist. Diese Lebensmittel, die auf dieser Liste stehen, die solltet ihr am besten jeden Tag essen. Nicht alle, um Gottes Willen, und was ihr überhaupt nicht mögt, lasst ihr auch bitte einfach weg. Aber von diesen Lebensmitteln solltet ihr regelmäßig was dabei haben. Und das sind die Lebensmittel, die wirklich für eure Darmbakterien wertvoll sind und die euch dann helfen, den Leaky Gut zu reparieren, den Schleim wieder herzustellen, die Tight Junctions wieder zusammenzufügen. Ihr braucht dafür keine besonderen Medikamente. Das reicht, wenn ihr diese Formen von Lebensmitteln verzehrt und dann habt ihr normalerweise gute Karten. Zu den Lebensmitteln gehören in der Regel allen voran gute Kräuter. Kurkuma ist sehr gut und sehr wichtig, aber eben auch Sachen, die man richtig essen kann. Ja, und das sind einmal Leinsamen, am besten gemahlen, Artischocken, Lauch, Okraschoten. Das sind so indische Schoten. Sehr, sehr gut. Jikama ist auch ein asiatisches Essen, aber kriegt man manchmal in bestimmten Läden, wenn man es nicht kriegt, nicht so dramatisch. Dann die Kreuzblütlergewächse, ja, also alles was zu tun hat mit Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl. Dann alles was mit Chicorée zu tun hat, also diese eher bitteren Salatarten, ja, den Chicorée, Radiccio, Rucola, Endiviensalat, also diese Dinge könnt ihr essen, solltet ihr regelmäßig essen für die Darmbakterien. Nüsse sind sehr gut, allen voran die Walnüsse, Haselnüsse, Macadamia ist okay, die Paranuss ist okay, die geschälte Mandel ist okay. In der Schale sind wieder Lektine, deswegen geschälte Mandel, also weiße Mandel. Bitte keine Erdnüsse oder sonstiges. Was noch geht, sind Pistazien. Und Pilze sind sehr gut. In den Pilzen habt ihr bestimmte Stoffe, die einfach gut sind. Das gilt erstmal für alle Speisepilze. Dann die Süßkartoffel, die könnt ihr essen und zwar in allen Variationen. Also man kann die roh essen, man kann die gekocht essen, man kann die frittiert essen, in Anführungszeichen frittiert. Nicht in Öl und Fett, aber in der Heißluftfritteuse und da ist es auch völlig in Ordnung. Und sie ist immer gut, weil sie einfach so unglaublich viel Nährstoff hat für die Darmbakterien. Süßkartoffel kann eines der Hauptlebensmittelgrundlagen werden. Wenn ihr sagt, ihr braucht ja bestimmte Sättigungskomponente mit auf dem Teller, anstatt Kartoffel oder Reis oder Brot, kann man halt die Süßkartoffel nehmen. Funktioniert sehr gut. Jamswurzel ist ebenfalls zu erwähnen. Oliven sind sehr gut, auch ein gutes Olivenöl tatsächlich. Normale Speiseöle sollte man eher meiden, aber ein gutes kaltgepresstes Olivenöl hat so viel Polyphenone aus der Olive, dass es einfach für die Darmbakterien ein Saus und Schmaus ist. MCT-Öle findet ihr normalerweise in der Kokosnuss und den Kokosprodukten, aber man kann das auch extrahiert, spezieller besorgen. Und dann habt ihr diese C8 und C10 Anteile mit drin. Die sind wichtig für die Darmbakterien. Wenn ihr MCT-Öle zuführt, nicht in Unmengen, aber in kleinen Mengen, so ein Esslöffel oder zwei am Tag, dann gibt euch das richtig Power, gibt euch richtig Schub. Eure Darmbakterien belohnen euch dann mit Energie und mit Dynamik. Ja, dann gibt es noch diese Früchte mit niedrigem Zuckergehalt. Zucker an sich ist kein gutes Lebensmittel für die Darmbakterien. Das nährt wieder die falschen. Und bei Früchten muss man eben auch aufpassen. Es ist nicht gut, ständig Obst zu essen. Ein bisschen Obst, okay, aber nicht ständig und wenn überhaupt nur saisonal. Aber die Sachen, die ihr essen könnt, sind Avocado, die gehört dazu, grüne Banane, ganz spannend. Also nicht die gelbe Reife mit viel Zucker, sondern eher die grüne. Grüne Mango ist eine Möglichkeit, grüne Papaya, dann die heimischen Beeren, Himbeere, Brombeere, Blaubeere ist sehr gut. Die Feigen sind tatsächlich gut, frisch und getrocknet und natürlich Kokosnuss an sich. Und dann gibt es noch so kleine Luxus-Goodies wie die dunkle Schokolade zum Beispiel. Grüner Tee oder Matcha-Tee, mega wertvoll für die Darmbakterien. Also das könnt ihr mit reinnehmen. Und Hirse. Hirse kann man auch mit dazu nehmen, auch nicht ständig und immerzu. Aber ist eine Möglichkeit, Darmbakterien gut zu nähern. Wenn ihr das macht, braucht ihr normalerweise gar nicht unzählig tausend viel andere Dinge. Entscheidend ist natürlich, dass ihr versucht, die Gifte zu binden mit einer guten Entgiftung, den Elektrosmog reduziert, genug schlaft, den Stress reduziert, also all diese Dinge mit hineinnehmt. Aber es ist möglich, Symptome, die vielleicht jahrzehntelang angehalten haben, die vielleicht sogar zu Operationen führen sollen oder zu anderen schweren medikamentösen Maßnahmen, dass man die einfach und leicht in den Griff kriegt, indem man den Darm repariert. Wenn ihr natürlich mehr Klarheit haben wollt, was genau muss ich jetzt machen? Wie genau geht das? Das zeigen wir alles im Praxis-Family-System. Das haben wir hier unten drunter auch verlinkt. Schaut euch das einfach mal an, denn da kriegt ihr genau gezeigt, wie das geht, wie man das testen kann und wie ihr damit umgehen könnt. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal.